Vielen Dank, herzlich willkommen nochmal, auch von meiner Seite. Mein Name ist Markus Wustrack, Geschäftsführer der IT GmbH. Ich habe heute das Vergnügen, Ihnen das Thema Informationssicherheit vorzustellen. Kurz zu meiner Person, ich bin studierter technischer Informatiker, Berufsakademie, komme aus der Technik, mache seit 1990 CATIA-Administration, bin also aus dieser Technik heraus entstanden, also seit 27 Jahren jetzt in diesem CAD-Thema drin und sehe die Welt eigentlich aus der technischen Welt. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich auf das, was jetzt kommt, eigentlich gar keinen Bock habe. Wem sagt das Thema Informationssicherheit denn schon was, so ganz global mal? 20% würde ich jetzt mal so schätzen. Wer kann sich gar nichts darunter vorstellen, Informationssicherheit, was ist so? Ich habe hier ein paar gute Steilvorlagen gehabt, gestern und heute. Ich würde heute ganz gerne die vom Herrn Kessler aufgreifen mit dem Thema VW. Der Vorteil ist etwas theoretisch, er ist top-down, er richtet sich an Entscheider, an Leute, die das Thema bei den Firmen mit reintragen können, das Thema Informationssicherheit. Wir müssen das Thema sympathisch überbringen. Ich habe Ihnen meine persönlichen Daten auch gleich genannt, weil es einfach darum geht, Sympathie aufzubauen, Persönlichkeit aufzubauen, weil das Thema ist ein eindringliches Thema und die Steilvorlage, von der ich sprach, ist ganz klar das Thema VW und die Zuliefererintegration, die Umgebungen in der Welt, in denen wir uns bewegen, in denen Informationen per se vorhanden sind und deren Schutz in Zukunft extrem wichtig ist. Und wir haben jetzt vorhin etwas über PDM, PLM gehört, abgeschlossene Systeme, in denen auch ganz selbstverständlich Partner eingebunden werden, die dann die Daten natürlich bekommen und in denen anscheinend sowas wie IP-Protection gar kein Thema ist, das ist per se vorhanden. Ein kleiner Ausflug in die Praxis. Ich war vor zwei Wochen in Wolfsburg, da tut sich gerade ja so einiges, das kriegen Sie auch mit aus Funk und Fernsehen. Und wir sind ja nun alle in der Branche ziemlich lang schon aktiv und naja, finden Verschiebungen statt. Was will ich damit sagen? Ich war bei einer Firma, die sich Anfang des Jahres neu gegründet hat und da ging es dann darum, man hat auf dem herkömmlichen Weg noch Daten ausgetauscht und es war immer sehr viel Druck im Getriebe, Aufträge müssen sofort abgearbeitet werden. Und ja, ich durfte da dann hoch im Rahmen von einer Neubeschaffung, einem Aufbau eines KVS-Zuganges, um den es ja schlussendlich geht für VW. Und in der Diskussion zwischen Vertrieb und dem, was man da jetzt machen muss, kam halt das Thema hoch. Ja, wir haben da auch von VW natürlich so ein paar Anforderungen gekriegt. So eine ominöse Mail, irgendwie was mit Selbstauskunft, Informationssicherheit. Na gut, dann haben wir die Brücke gebaut zwischen der Firma Schwind, die den Kontakt hatte und unserer Firma. Wir arbeiten seit 15 Jahren sehr vertrauensvoll miteinander. Und das Thema habe ich vor drei Jahren ganz massiv bei mir in der Firma aufgebaut. Wir sind ein Team von zehn Leuten und beschäftigen uns in erster Linie natürlich mit CX-Betreuung, aber jetzt ganz massiv seit drei Jahren mit dem Thema Informationssicherheit und der Absicherung in dem Umfeld. Kurzum, ich war da oben anderthalb Tage, habe denen im Prinzip dann erzählt, von A bis Z, was grob zu tun ist. Der Geschäftsführer machte dann den hier und sagte, wusste ich, ich habe das Thema verstanden, was muss ich denn jetzt tun? Da sage ich so, wir müssen jetzt zwischen 30.000 und 40.000 Euro anfassen, weil das Thema ist so 70 bis 80 Prozent ein organisatorisches, ein managementgetriebenes Thema und nur im Nachgang ca. 20, 30 Prozent gefühlt ein IT-Thema. Ich sagte, alles klar, schicken Sie mir das Angebot. Zwei Tage später hatte ich die Unterschrift und wir sind jetzt aktiv in dem Projekt, um dafür zu sorgen, dass dieser Partner dann zertifiziert nach den Richtlinien der Informationssicherheit VVW als Partner agieren darf. Wie findet das Ganze statt? Ich habe so salopp gesagt, ich bin da hochgefahren, habe das quasi begeistert, das Thema. Ich hatte Management Attention. Man muss sich ganz klar über die Ausgangslage, die Rollenverteilung bei diesen Themen Gedanken machen, gemeinsam mit dem Kunden. Man kommt da auf Augenhöhe und ich bin immer recht froh, wenn man relativ schnell einfach mit dem Management reden kann. Ich habe viele Erfahrungen gemacht in dem Umfeld. Wir haben jetzt mittlerweile zehn Projekte praktisch durchgeführt, sind noch teilweise in Durchführung, aber Management Attention ist halt an der Stelle ganz sicher. Ich möchte ein bisschen dann darauf eingehen, auf Informationssicherheit versus IT-Sicherheit, die Themenumfänge des Audits und die Möglichkeit, mit uns da relativ schnell, pragmatisch und effizient ans Ziel zu kommen. Ich sprach von dieser E-Mail, die bislang von Operational Services an die Partner versendet wurde. Wem sagt das was, diese E-Mail, diese Selbstauskunft, nachdem sie da, okay, das sind dann doch ein paar. Da schlägt halt eine Mail auf und um die geht es jetzt hauptsächlich, also um die Aufforderung von Volkswagen, das Ganze jetzt abzudichten. Warum macht Volkswagen das so? Es ging vor vielen Jahren durch die Presse, ein Fall, dass Volkswagen ganz wichtige Daten aus dem Antriebsstrang abhandengekommen sind. Wurde anscheinend ein Plagiat gefertigt, im Getriebebereich, und es hat VW einen riesengroßen millionenstelligen Betrag gekostet, sodass dann VW vor gefühlt fünf Jahren angefangen hat, das Ganze massiv anzugehen, weil die halt natürlich ihre Sachen schützen wollen. Das darf nicht passieren. Es kann einfach nicht sein, dass Informationen die Wege, die wichtig sind für die partnerschaftliche Zusammenarbeit, in irgendeiner Form unterminiert werden. Das ist im Prinzip die Motivation von Volkswagen, natürlich verbunden damit, dass ja auch eine Reputation dranhängt und ein Wettbewerbsvorteil gesichert werden muss. Zum Thema Informationssicherheit, dass es nicht IT-Sicherheit ist, möchte ich hier natürlich kurz die Brücke bauen. Es geht natürlich um digitale Informationen, ganz klar im Zeitalter des Produktdatenaustausches ist das sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Aber es geht auch um physische Informationen. Also auditiert wird man dann ja nach der Einstufung der Datenvertraulichkeit, Vertraulichkeit, also endlich wieder vertrauliche Daten oder geheime Daten und Prototypenschutz. Es geht also auch um physische Informationen. Also wenn Sie einen Prototyp fertigen für VW, dann darf da nicht der Daimler reinlaufen und dann halt unabgedeckte Teile sehen. Das sind sicherlich in der Richtung, es sind immer Informationen und die gilt es ebenfalls zu schützen. Das vergessen viele an der Stelle. Und wir nennen es soziale Informationen. Also wir hatten einen Kundenfall, der hatte ein schönes Beispiel, an der Tür Klingel, also praktisch Anwesenheitsinformationen an der Außentür mit Namen. Also da konnte man sehen, welcher Mitarbeiter befindet sich gerade im Gebäude. Das wurde dann nicht untersagt, aber wir wurden darauf hingewiesen, dass das unter den Datenschutz fällt und dass das abzumontieren sei. Weil es darf nicht sein, dass jemand, der nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, einfach hinkommt und dann sieht, aha, da arbeitet Lysian Meier, das hat niemandem was anzugehen. Also soziale Informationen, beispielsweise aber auch so etwas, was ich glaube bei Fera passiert ist, ging auch durch die Presse. Da wurde im Einkauf angerufen und da wurde also ziemlich penetrant wirklich gesagt, so nach dem Motto, ich habe mit Ihrem Chef geredet, Sie müssen mir jetzt sofort die Zahlen vom letzten Quartal geben. Und der Mitarbeiter war schlichtweg nicht sensibilisiert, dass das Informationen sind, die niemandem was anzugehen haben. Also der gesamte Prozess, diese gesamte Informationssicherheit über diese ganzen Informationen hinweg, das ist das Thema, um das sich dreht. Und deswegen ist diese Management Attention an der Stelle halt auch extrem wichtig, weil nur so funktioniert so ein Projekt. Wir haben Fälle gehabt, da war ich in der Akquise bei Entscheidern aus der IT, Entscheidern aus der Konstruktion, das hat schlichtweg nicht gereicht, sodass man das da aufbauen, also einfach weiter oben ansetzen muss. Drehen wir einen Schritt zurück, worauf basiert das Ganze? Wir haben natürlich dieses besagte Audit der Volkswagen-Gruppe, das ja durch diese Einforderung der Selbstauskunft durch den Partner Operational Services eingefordert wird. und das Ganze basiert auf der Empfehlung vom VDA, die halt quasi in Zusammenarbeit mit VW vor fünf Jahren das Ganze in eine Form gebracht haben. Das wiederum auf der ISO 27001 basiert. Das heißt, es gibt eine Information von einem Kunden von mir, der mit Daimler geredet hat beispielsweise, weil diese Auditierung dort oben ist ja jetzt ausgehend von VW. Der sagt, wenn ein Unternehmen ISO 27001 zertifiziert ist, dann kommen wir nicht vorbei und gucken uns die Firma an. Das sagt Daimler beispielsweise. VW setzt keine ISO 27001 Zertifizierung voraus. Also da gibt es so Unterschiede in den ganzen Geschichten. Was ich aber sagen kann ist, Anfang des Jahres wurde ein neuer Begriff geprägt am Markt. Das nennt sich TISAX. Und dieses TISAX müssen Sie sich vorstellen als eine riesengroße Datenbank, in der ähnlich wie ein E-Bundesanzeiger, wo eine verkürzte Bilanz eines Unternehmens drin liegt, wo eine Dokumentation über den Stand der Informationssicherheit bei jeder Firma weltweit hinterlegt wird. Das heißt, zukünftig wird eine Firma, die etwas herstellen möchte, hingehen und guckt dann in dieser TISAX-Datenbank, das wird über die ENX Association gerade getrieben, guckt da rein, wer hat denn da schon was hinterlegt? Da muss ich jetzt nicht weiterreden, was Wettbewerbsvorteile angeht. Das wird sich jetzt ändern. Wir haben dann einen ähnlichen Kipp-Effekt wie damals bei der ISO 9000, wo auch erst alle gesagt haben, das kostet alles nur riesen viel Geld und bringt nichts. Und irgendwann gibt es diesen Kipp-Hebel, dass man sagt, Mensch, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Das möchte ich mir gerne sichern. Ich möchte da weiter mitspielen in der Richtung. Das Thema, wie gesagt, treibt sehr weit. Es geht sehr tief rein in die Unternehmen. Und zusammenhängend mit BSI und Bundesdatenschutzgesetz bildet das quasi so ein Dreigestand, dass also alles berücksichtigt wird, aber es geht nicht primär um Datenschutz. Es geht um Informationssicherheit. Die ISO 27001 mit den Umsetzungskriterien in der 0.2. Das ist die Grundlage für das Ganze. Das große Ganze stellt sich dann so dar. Wir haben das Audit primär von der Volkswagen-Gruppe. Wir haben die ISO 27001 und als großer Schulterschluss zwischen beiden müssen wir ein sogenanntes Informationsmanagement-System aufbauen. Da wollen Sie jetzt keine Angst kriegen, das ist keine Software. Das ist ein DIN A4-Ordner mit jeder Menge Papier beispielsweise. Das reicht vollkommen aus. Aber Sie müssen ein Informationssicherheitsmanagement-System nachweisen. Sie müssen in der Lage sein, jemandem zu sagen, der Sie fragt. Jawohl, wir haben einen Informationssicherheitsbeauftragten, der ist hier eingesetzt. Wir haben hier unseren großen Aktenordner. Sie können gerne vorbeikommen und das einsehen. Kein Problem. Das müssen wir aufbauen. Weil es letztendlich um Werte geht. Es geht um Werte, die Sie sichern müssen, die VW genauso sichern will und diese Absicherung von den Werten in Verbindung mit einer Risikoanalyse, dass Sie sich wirklich mal überlegen, was kann hier schlimmstenfalls in meinem Unternehmen passieren? Das stellt die ganze Sache hier infrage. Ich habe einen Kunden gehabt, der hatte seine Lokation an einem Bachlauf. Die hatten da vor ein paar Jahren mal eine Überschwemmung. Und der Server stand im Keller. Das war bei denen ein Risiko. Ein Risiko durch Überflutung, Naturkatastrophe. Das ist jetzt weit hergeholt, aber es gibt solche Fälle. Man muss sich Gedanken einfach machen über meine Risiken. Man muss sie analysieren und muss halt auch seine ganzen Assets einfach im Management haben. Man muss das einfach rund um betrachten und entsprechend einmal dokumentieren, einmal wirklich erfassen und machen. Darum geht es letztendlich. Für Sie als Volkswagen-Partner haben Sie natürlich auch Herausforderungen. Sie wollen sich Ihre Lieferantennummer erhalten, wollen Sie sie gegebenenfalls sogar überhaupt erstmal bekommen. Da spielt das sofort mit rein. Sie wollen das Audit bestehen, wirtschaftliche Kontinuität gewährleisten, Ihre eigene Reputation und natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegen Wanderen. Und da geht jetzt gerade echt wirklich auf gut Deutsch gesagt die Post ab. Wir haben im Mai 2018 dann eine Verordnung seitens der EU, dass jedes Unternehmen in der Europäischen Union eine Informationssicherheitsrichtlinie vorweisen muss. Das wird definitiv kommen. Ich sehe da jetzt nicht eine Welle, sondern ich sehe da ein Tsunami auf uns zukommen. Was wir von der IT da anbieten, ist die Begleitung zu diesem Audit. Deswegen stehe ich heute hier, damit Sie das jetzt schon greifen können. Was bieten wir da an? Wir haben Experten bei uns im Haus, wir arbeiten auch mit Freelancern zusammen, die das Thema jetzt quasi dann für Sie so weit bringen, dass wir schlussendlich eine Firma wie Operational Services, PricewaterhouseCoopers, KPMG, TÜV Rheinland holen können, um das Ganze zu zertifizieren. Und damit Sie schlussendlich den Stempel kriegen und dann dem OEM nachweisen können, und ich sage bewusst dem OEM, die kommen jetzt alle um die Ecke mit dem Thema, dass Sie da entsprechend aufgestellt sind. Der Themenumfang, da gehe ich jetzt mal drauf ein, der Hintergrund von diesen Kreisen, die Sie sehen, ist diese ominöse Tabelle, die in diese E-Mail dann kommt. VW schickt das also dann zu Ihnen und sagt, okay, wir hätten gerne Selbstauskunft von Ihnen, füllen Sie das mal aus. Und das ist grob, grob gesagt sind das sechs Bereiche, in denen wir uns da, mit denen wir uns da befassen müssen und das Management steht absichtlich ganz hier oben, weil das halt ganz wichtig ist, das Management abzuholen. IT-Sicherheit ist ein Thema, ich sprach es schon an. Wir haben viel mit Organisation zu tun, mit Schulung, mit Sensibilisierung der Mitarbeiter. Wir müssen uns um die physische Sicherheit kümmern, also wirklich die Liegenschaft an sich. Es geht auch um mehrere Lokationen, wie sind die wiederum abgesichert, arbeiten die zusammen etc. pp. Und das Partnermanagement, weil Sie als Partner beispielsweise von VW sind wiederum verantwortlich, Ihre Partner zu kontrollieren und zu zertifizieren, in Anführungszeichen, Sie müssen ja jetzt keinen Stempel geben, aber Sie müssen da mal vorbeifahren und sich den Laden in Slowenien halt mal angucken, mit dem Sie da arbeiten. Das ist einfach wichtig. Das müssen Sie machen. Heller geht gerade rum und kontrolliert wiederum die Unterfirmen, die für Heller arbeiten, weil die quasi in der Schiene schon drin sind. Das wird jetzt zunehmen. Ich sprach von sechs Themen. Hier haben Sie fünf Kreise gesehen. Der größte ist die Dokumentation. Denjenigen in der Firma zu finden, der das Ganze zusammenschreibt, ist eine Challenge. Ist wirklich ein Thema. Vorrangig, dass Mitarbeiter aus dem QS-Umfeld, das kann man so machen, aber das Ganze muss platziert werden. Das geht nur mit Management-Attention. Da muss man ganz oben ansetzen, wir brauchen jetzt hier Ressourcen und zwar ganz massiv. Dann sind Sie als VW-Partner entsprechend aufgestellt und können jetzt hier, hier steht noch exemplarisch Operational Services als Auditierungspartner. Der macht dann das Audit, Kostenpunkt 4.900 Euro bei einer Vor-Ort-Begehung, 1.800 Euro. Letzter Kenntnisstand von mir, wenn es nach Aktenlage per Fernwartung dann geht. Dann lassen Sie sich das einfach am Telefon erzählen. Das geht dann auch innerhalb von zwei, drei Stunden. Ist machbar, wird gern bei Vertraulichkeitsstufe gemacht, bei Geheim- und Prototypen kommen die vorbei. Das wollen die sehen. Wie ist der Ablauf von der E-Mail bis zum Audit? Sie kriegen den E-Mail-Eingang. Sie müssen dann die Selbsteinschätzung rückübermitteln zu dem Prüfpartner und haben dann den Haupttermin für die Auditierung. Wenn das nicht klappt und Sie kriegen da in irgendeiner Form eine Ablehnung oder eine vorübergehende Freigabe, dann haben Sie nochmal die Möglichkeit einer Nachauditierung. Gibt es einen zweiten Termin. Danach ist Feierabend. Dann sagen die, hat keinen Wert, kommen wir nicht mehr vorbei. Wir haben hier circa drei Wochen. Dann schließen sich vier Wochen an für die gefühlte Zeit, die Ihnen der Prüfpartner gibt zwischen der Abgabe, der Selbsteinschätzung und der Umsetzung des Ganzen. Und Sie haben hier nochmal im Nachgang wirklich Zeit, falls dann die echt feststellen, da ist noch nichts da, machen Sie mal richtig, dann haben Sie so ein Zeitfenster von den Erfahrungswerten circa zwölf Wochen, mit denen Sie da nacharbeiten wollen. Das wollen wir aber nicht. Ich gehe jetzt kurz auf die Tabelle ein. Was steht denn da so drin? Ich sprach von 47 Punkten, das hat sich Anfang des Jahres, weil es die Basis, die VDA 302 ist, der 231, hat sich das ein bisschen erweitert. Im Grunde ist es aber immer noch dasselbe. Wir haben also jede Menge Themen, 47 Stück, und wir picken uns jetzt mal hier einen schönen raus, Speicherung von Informationen auf mobilen Datenträgern. Ach, drei, so, da gibt es jetzt hier eine Tabelle, da soll man irgendwie so ein Ergebnis eintragen von einem Reifegrad, wo man dann meint, wo man da steht. Und mehr kriegen Sie da auch nicht. Sie kriegen diese Tabelle, die können Sie noch so ein bisschen aufklappen und dann steht dann was von Controls, 8, 3, 1, ISO, wie weit, ja, was mache ich denn jetzt? Das ist das Thema. Und das ist der Zustand, wo viele dann einfach sagen, nee, hör zu, das überlastet mich gerade, da brauche ich jetzt einfach Hilfe. Dafür sind wir da, das zu ordnen. Ich sehe hier nochmal exemplarisch irgendwelche Schriftwerke, die dann in der Tabelle erweiterbar sind, auffaltbar sind. Summa summarum ist es so, dass wir jetzt hingegangen sind, um das nochmal zu verdeutlichen, dass wir diese 47 Punkte in diese Wabenmatrix gedrückt haben. Sie erkennen die Farben wieder von den Themenbereichen, wir haben mit IT was zu tun, Organisation, Management, Partner, Landschaft und diese 47 Bereiche, die Abkürzungen sind praktisch von uns gekommen, aufgrund dieser Themen, in denen es da geht. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist an der Stelle erstens die Vielfalt, die Dokumentation, die jetzt quasi blau hinterlegt, sämtliche Waben umschließt. Und das ist also wirklich eine Herausforderung, das Ganze in der Zeit, die dort zur Verfügung steht, zu leisten. Die Selbsteinschätzung basiert selber auf dem Reifegradmodell. Das Reifegradmodell CMMI, nur ganz kurz, 0, ich habe gar nichts gemacht, 5 heißt, ich habe einen gemanagten Verbesserungsprozess. Es gibt also jemanden im Unternehmen bei Ihnen, der die ganze Zeit dafür sorgt, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich dann auch besser werden. Also wirklich dann die aktive Arbeit an dieser ganzen Thematik. Wir stehen bei Reifegrad 3, der Zielreifegrad wird vorgegeben, das heißt, ich habe einen definierten Prozess, er wird dokumentiert, es gibt Verantwortlichkeiten, mal ganz grob gesprochen an der Stelle. Da müssen wir hin. Erfahrungsgemäß stehen die Tabellen in den meisten Fällen zu 90% bei Ziffer 3. Ganz selten mal eine 2, öfters jetzt schon eine 4, je nach Einstufung wieder, vertraulich, Geheimhaltung, Prototypen. Wir werden jetzt die Farben wechseln von den 5 Themenbereichen hin zu einer normalen grün-rot Skala, wie man sie kennt. Wir haben also grün markiert hier mit dem Mobile Store, mit dem mobilen Datenträger, wir haben alles erfüllt. Der Rote sagt uns an, bei 0% das Thema ist bislang überhaupt nicht berücksichtigt worden, hat sich noch kein Mensch Gedanken darüber gemacht. So und dann haben wir hier so die 85 bis 95%, die im Übrigen dafür schon gut sind, auch eine Freigabe zu bekommen. Also die reißen einem ja nicht den Kopf ab. Die kommen auf Augenhöhe, aber die sagen ganz klar seitens des Prüfpartners zu Ihnen, lüg mich nicht an, dann finden wir gemeinsam einen Weg. Das ist eine zentrale Aussage, die dort existiert. Die haben selber viel zu tun. Die wollen aber einfach gemeinsam mit Ihnen das Thema stemmen, weil hier will einem keiner was Böses, sondern wir wollen zukünftig einfach sicher Informationen behandeln. Das ist einfach das Thema. Schafft keiner mehr die Zulieferketten ab. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das sowohl technisch, aber zum großen Teil organisatorisch wirklich vernünftig funktioniert. So und der große Rest, den haben wir jetzt mal hier orange gekennzeichnet. Also alles, was unter den 85% sind, die werden jetzt mal hier nachfolgend so markiert von der Farbe. So und jetzt habe ich eine spannende Aufgabe für Sie. Jetzt dürfen Sie nämlich mal sich Gedanken machen, wie schätzen Sie sich denn da ein über diese ganzen Themenbereiche. Wir haben viele Themenbereiche und unsere Erfahrung aus den Kundenprojekten heraus zeigt, haben wir ja alles im Griff, haben wir schon ein bisschen, was müssen wir tun. Gut, nimmt man das so hin und wenn wir dann vorbeikommen und das analysieren, dann sieht das so aus. Und das sind unsere Erfahrungswerte. Ich habe jetzt da mal das Thema mit der Zielerreichung. Das ist natürlich auch schwierig, weil woher soll es dann kommen? Das ist ein neues Thema. Wir waren alle so unter den letzten sechs Jahren voll Beschäftigung mit unseren Tätigkeiten. Jetzt kommen die mit so einem Thema um die Ecke. Wie soll ich das denn überhaupt überreißen? Kann ich ja gar nicht. Was ich Ihnen signalisieren möchte, ist, dass es uns gibt, die auf Augenhöhe, die das Thema pragmatisch angehen, um das wirklich voranzutreiben und Sie dahin zu bringen, dass Sie dieses Audit überstehen. Ich möchte Ihnen jetzt das Diskrepanzbeispiel mal, also ein Diskrepanzbeispiel mal aufführen, wegen der Selbsteinschätzung. Woran liegt das denn? Dass man sagt, Mensch, ich habe das doch eigentlich im Griff, aber wir kommen dann da um die Ecke und sagen, naja, nicht so toll. Beispiel USB-Stick. Ja, die werden doch verschlüsselt und werden vom Sekretariat ausgegeben. Haben wir uns mit einer Ziffer 3 eingeschätzt. Unsere Einschätzung war dann eine 1, weil der Stick wenigstens verschlüsselt war. Sonst wäre es eine 0 gewesen. Aber es gibt keine revisionssicheren Richtlinien, es gibt keine Inventarisierung, es fehlt ein fehlendes Ablagesystem für die Nachvollziehbarkeit der Aus- und Rückgabe, Sicherheit, welche Daten auf den Stick gespielt werden, etc. pp. Also da sehen Sie schon, viele organisatorische Dinge, das hat mit Sicherheit eigentlich gar nicht viel zu tun. Klar kann ich Sticks verschlüsseln gar kein Thema, aber wie ist der Ablauf, wie ist der Prozess an der Stelle? Am besten wäre ganz darauf zu verzichten. Dazu kommt noch, dass jedes einzelne Thema orange gekennzeichnet, sich halt natürlich verzahnt mit anderen. Ich habe mit dem Thema Kryptisierung zu tun, Verschlüsselung, ich muss es in die Informationssicherheitsrichtlinie mit aufnehmen, ich muss die Leute trainieren, ich muss ein Inventory pflegen, etc. pp. Diese Verknüpfung mit den anderen Waben, das findet jetzt mit jedem einzelnen Baustein statt. Jeder von denen hat wiederum Querverweise. Noch ein Beispiel, Sicherheitszone. Was ist eine Sicherheitszone? Das ist ein Bereich, wo nicht jeder rein darf. Das muss ich beschreiben, das muss ich definieren, das muss ich absichern. Ist Zustand laut Kunde, unser Serverraum ist abgeschlossen und nur für berechtigte Personen zugänglich. War eine 3-Selbsteinschätzung, wir haben es als eine 1 markiert, weil natürlich war der Raum abgeschlossen, aber es gab halt noch keinen Türschließer, der automatisch die Tür zuzieht. Der Server lag im Innenbereich an der Außenwand. Man hätte in den Raum schnell einsteigen können, einen Server aus dem Rack ziehen und es ist schlichtweg so, dass es einfach länger dauern muss, den Server zu klauen, als dass die Polizei oder der Sicherheitsdienst kommt, um den Dieb davon abzuhalten. Das ist einfach wichtig, weil wenn der den Server mal hat, dann hat er alle Zeit der Welt, an die Daten ranzukommen. Das sind alles so Maßnahmen, organisatorische, auch physische, da gehen wir jetzt schon in Richtung, Datenschutz, was die Sicherheit im Serverraum angeht und was ich damit einfach nur zeigen möchte, ist die Komplexität, die Menge, die wir da haben. Die ist einfach echt, das ist einfach echt viel. So, jetzt haben wir hier das Resümee, wir müssen da möglichst effizient vorgehen und pragmatisch, dafür stehen wir, das können wir tun, damit wir sie schlussendlich von der Situation, beim Eingang der E-Mail von US, in der sie dann feststellen mit unserer Hilfe, okay, wir müssen echt was machen, über den Zeitraum bis zur Abgabe der Selbsteinschätzung zumindest schon mal so auf 60% gehievt bekommen, das können wir denen ja rüberschicken. dann machen wir aber echt unsere Hausaufgaben, legen dann los und bringen sie letztendlich dann mit der Erfahrung, die wir haben, mit der Expertise aus den vielen Projekten so gesehen zum Ziel und reift dann auch in der Zukunft für die sogenannte TISAX-Datenbank, in der sie dann eine Verkürzung ihrer Informationssicherheitsrichtlinie ablegen und können dann weiterhin darauf bauen, Geschäfte mit den OEMs zu machen, die jetzt nach und nach alle dich dort kundig machen werden, über ihre Partner. Ja, und an der Stelle wäre ich jetzt am Schluss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich